Ich hab mir schon so gedacht, dass sie das ist. Sie standen auf der anderen Seite. Äh. Äh, äh. Äh, äh. Die Gastwirtin vom Journeyman. Sie sagte, dass ich unbedingt mit Magda sprechen müsste. Die Gastwirtin. Und wer bitte könnte das sein? Herrgott. Sally Minrin. Ach du Kacke, wie hät die. Myram Bellman. Ben Ream Salman. Sally Minrin. Ich glaube, das ist ihr Name. Ich glaube, so war ihr Name. Das war ihr Name, richtig. Ich bin ziemlich sicher, dass es ihr Name war. Ihr Name ist Ben Ream Salman. Na schön. Also schickte Ben Ream dich los, Magda zu finden. Ja. Warum sollte sie so etwas machen? Weil ich, ich, ähm, nicht von hier bin. Das ist ziemlich offensichtlich. Na gut, Liebes. Ich glaube wirklich, dass du tatsächlich so verloren bist, wie du aussiehst. Danke. Ich bin Magda. Nur Magda. Und es wäre schön, wenn du mich so nennen könntest. Entweder so oder Madam. Keine Titel, keine Ehrennamen. Ben Ream sollte dir das verständlich gemacht haben. Ich werde dir helfen, alle Fragen, die du hast, zu beantworten und dir sogar den richtigen Weg weisen. Aber sei diskret. Wie ich schon sagte, es gibt hier überall Ohren. Das ist auch lustig. Am Anfang sagte sie zu uns, hier gibt es überall Ohren. Und jetzt gerade eben sagte sie, Magda. Ich bin Magda. Nenn mich Magda. Es ist Wahnsinn. So, extra langer Teil heute. Auf geht's. Warum kann ich dich nicht bei deinem vollen Namen nennen? Minstrum ist kein Name. Es ist ein Titel, den ich trug, bevor die Azadi den Sentinel aus der Stadt verbannt haben. Und das ist eine Position, die ich nicht mehr innehabe. Sie gehört der Vergangenheit an. Und ich möchte hier nicht mehr darüber sprechen. Die Wände haben. Ohren. Ich frage mich die ganze Zeit, wie sie die Brille festgemacht hat, weil die Bügel über die Ohren fehlt. Wer sind die Azadi? Sie sind unsere Beschützer und unsere Gäste. Sie halfen vor zehn Jahren, Markuria von den Armeen der Tyrant zu befreien. Und dann entschieden sie sich zu bleiben. Dann ist die Stadt unter Besetzung? Sie sind hier, um die Nordländer zu einen und Namen ihrer Göttin zu konvertieren. Und sie sind sehr speziell in ihrem Glauben. Das lässt einem hübsch wenig Raum für andere Ideen. Aber das ist alles, was ich dir erzählen werde. Ich würde dieses Thema vergessen, wenn ich du wäre. Warum sagten die Gastwirtin zu mir, dass ich zu dir gehen soll? Wahrscheinlich deswegen, weil ich den Reisenden vor dir auch geholfen habe. Aber die Zeiten haben sich geändert. Markuria ist ein sehr gefährlicher Ort für Leute wie dich geworden. Für mich auch. Aber ich bin von hier. Du nicht. Denkst du das? Ich möchte nach Hause. Und das solltest du eilig tun. Es gibt hier kein Abenteuer mehr zu erleben. Nicht mehr. Gibt es nichts, was du für mich tun kannst? Wie ich schon sagte. Ich werde dir mit allen Fragen, die du hast, helfen. Und ich werde dir die richtige Richtung weisen. Aber das ist alles, was ich tun kann. Kannst du mir helfen, in meine Welt zurückzukommen? Nein. Das kann ich nicht. Das ist zu gefährlich. Aber ich kann dich in die Richtung von jemandem schicken, der dir helfen könnte. Du wirst nach Old Town gehen müssen. Sie nennen es heutzutage das magische Ghetto. Nachdem unsere Beschützer die Mauer wieder aufgebaut haben. Der Eingang zum Ghetto ist auf der anderen Seite des Platzes. Das Tor ist gewöhnlich offen. Aber im Moment machen die Soldaten eine Razzia. Du wirst warten müssen, bis sie das Tor wieder öffnen. Wohin muss ich gehen, sobald ich drin bin? Suche dir einen Meister des magischen Handwerks. Ein Meister der Magie könnte imstande sein, dir zu helfen, dein schlummerndes Talent zu wecken und ein Tor zu öffnen. Aber sei vorsichtig. Wenn die Azadi von deiner Herkunft und deinen Kräften erfahren sollten, kennen sie keine Gnade. Sie würden dich verschleppen und dich vor Gericht stellen. Sie fürchten die Magie, diese Fremden. Sie tun alles, um jeden zu kontrollieren, der sie benutzt. Und ich fürchte, dass sie in ihren Bemühungen erfolgreich sein werden. Ich sagte schon, du hättest eine bessere Chance, nach Hause zu kommen, wenn du nach Oldtown gehst. Ach hey, hört das Gespräch gar nicht auf. Ich weiß nicht, ich muss sie finden. Wir haben etwas gemeinsam und ich denke, ich denke, sie ist in Schwierigkeiten. Und du hast vor, sie zu retten? Wie willst du das anstellen? Ich weiß das auch nicht genau. Ich muss sie jedenfalls finden. Nun, es tut mir leid, aber ich kann dir bei dieser Angelegenheit nicht helfen. Was ist das magische Ghetto? Es wurde Oldtown genannt, die älteste Nachbarschaft in Makuria. Jetzt ist es ein getarntes Gefängnis. Alle Magischen in Makuria sind hinter diesen Mauern verschwunden, um sie vor den Menschen zu schützen. Nachts werden die Tore geschlossen. Und es gibt häufig Razzien. Häuser werden auf den Kopf gestellt. Gute, ehrliche Leute werden eingesperrt und... Und was? Sie werden weggesperrt. Und niemals wieder werden sie gesehen. Nein. Die Asadi nennen sie Terroristen. Aber sie sind einfache Leute. Ladenbesitzer, Schneider oder Dichter. Die einzigen Terroristen sind hier. Ach, aber nein. Sprechen wir nicht schlecht von den Asadi. Sie haben so viel für uns getan. Um nach Hause zu kommen, muss ich in das magische Ghetto gehen? Nach Oldtown, ja. Ja, aber du wirst warten müssen, bis die Razzia vorüber ist. Danke. Sei vorsichtig. Gehe den Asadi-Soldaten aus dem Weg. Wenn sie merken, woher du kommst... Ich werde vorsichtig sein. Auf Wiedersehen. Psst. Hey. Was ist jetzt los? Was willst du? Ich hörte, dass du einen Weg ins Ghetto suchst. Wer sagte dir das? Warte. Warst du heute Morgen nicht an diesem Gasthof? Nicht hier. Hier sind überall Soldaten. Folge mir. Ich folge dir doch nicht überall hin. Aber ich kann dir den Weg ins Ghetto zeigen. Warte mal eine Minute. Wer bist du? Mein Name ist... Wurm. Wurm? Das suggeriert nicht gerade Vertrauen. Was meinst du damit? Woher soll ich wissen, dass ich dir vertrauen kann? Als du zum Gasthof zurückkamst, hörte ich dich den Namen... April Ryan sagen. Du kennst sie? Ich weiß, wie man sich mit ihr in Verbindung setzt. Das weißt du? Wie denn? Du wirst mir vertrauen müssen. Wenn du mich beim Gastwirt belauscht hast, dann weißt du, dass ich nicht von... von hier bin. Ich kann doch nicht jedem Fremden, den ich auf der Straße treffe, folgen. Ich meine, woher weiß ich, dass du mich nicht gleich in eine dunkle Ecke zerrst, mich zusammenschlägst, mich fesselst und dann in irgendeinen Keller verschleppst? Was? Ich verspreche, dass ich dich nicht in einen Keller verschleppen werde. Außerdem, welche Wahl hast du? Du sitzt hier fest, stimmt's? Ich bin der Einzige, der dich zu Ray... zu April bringen kann. Sie ist doch diejenige, zu der du willst, oder? Okay, gut. Ich hab so gut wie keine andere Wahl. Aber wenn du mich anlückst, werd ich schreien. Und ich kann ziemlich laut schreien. Ich bin sicher, dass du das kannst. Ich verspreche dir, kein Keller. Los, komm mit! Und was ist mit dem Zusammenschlagen und dunkle Ecke? Dann beeil dich! Wir wollen doch nicht, dass uns jemand folgt! Ja, ich bin... Ja! Da ist es! Wir sind fast da! Nur noch um die Ecke! Was, da unten? Oh-oh. Ich wusste es. Vorsicht, Juan! Sie ist dein Schreihals! Hm-hm. Raven wird zufrieden sein, dass wir uns eine Spionin geschnappt haben. Na toll! Sagte nach dir! Da gibt es keinen Zweifel! Sie ist eine Spionin! Sie sieht nicht aus wie eine Azadi. Will das was heißen? Du weißt es nicht! Und du kannst niemandem trauen! Lass sie uns loswerden! Brynn! Alles, was ich sage, ist... Lassen wir es lieber nicht darauf ankommen. Sie hat vielleicht einen Verfolger-Zauber-Spruch anhaften. Ich habe etwas entdeckt. Es gibt etwas Seltsames an ihr. Aber keine Magie. Seltsam? Was habe ich dir gesagt? Sie ist eine Spionin, ganz recht! Komm, lass mich... still! Ich werde mit ihr sprechen. Allein. Was? Warum? Brynn! Lass mich nicht meine Geduld mit dir verlieren. Du musst mir vertrauen. Aber... Brynn! Komm jetzt! Gut, gut! Aber sag nachher nicht! Ich hätte dich nicht gewarnt! Warum stellst du Fragen über mich? Wo bin ich? Wer seid ihr? Ich stelle hier jetzt die Fragen. Warte! Du bist April, nicht wahr? Ich kenne dich von dem Bild. Was? Welches Bild? Ein Bild von dir und deinen Freunden. Charlie und Emma. Ich war in deinem alten Zimmer im Victory. Im Border House in Newport. Charlie erzählte mir von dir. Dass du verschwunden bist und dass... Langsam, langsam. Du kennst Charlie und Emma? Wie ist das? Wie geht es ihnen? Ich traf sie im The Fringe. In... In der realen Welt oder wie auch immer du es nennst. Stark. Dann... Muss ich wohl nicht annehmen, dass du eine Spionin bist. Ich weiß nicht, wie ich hierher geraten bin. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im The Fringe war. Ich ging die Treppe hoch, um jemanden anzurufen und dann... War alles schwarz. Als ich aufwachte, war ich an diesem fremden Ort, in einer unterirdischen Stadt. Und da waren diese... Diese Wesen. Ich musste mit ihnen kämpfen und die ganze Zeit sagte ich zu mir selbst, es ist nur ein Traum, Zoe. Nur ein Traum. Außer... Es sei denn, es ist kein Traum. Ich kenne das Gefühl. Zuerst, als ich hierher kam, weigerte ich mich zu glauben, was meine Augen sahen und meine Ohren hörten. Aber du lernst die Wahrheit zu akzeptieren. Du bist eine Reisende. Du bist zwischen zwei Welten gereist. Du bist in Arcadia. Eine Reisende? Ist es das, was Ben Ream und Minstrum Magda mir erzählten? Was ist eine Reisende? Es würde zu lange dauern, dir das zu erklären. Du bist etwas ganz Besonderes. Wie wäre das? Du kannst zwischen Welten reisen. Reisen? Und wie komme ich in unsere Welt zurück? Deine Welt, nicht meine. Du tust es einfach. Wenn du es einmal gelernt hast, ist es wie blinzeln. Mit deinen Gedanken. Aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wie ich an diesen Ort gelangt bin. Bei den ersten paar Malen ist es ziemlich schwer. Es ist einfacher, wenn du schläfst. Ich habe nicht geschlafen. Wenigstens denke ich das. Es ist alles so verschwommen. Ich bin sicher, du bekommst es noch heraus. Wie ist dein Name? Zoe. Schau mal, Zoe. Ich würde dich gehen lassen. Aber ich will nicht, dass du herumläufst und Fragen stellst, die Aufmerksamkeit auf dich lenken. Wir werden dich irgendwo hinbringen müssen. In Sicherheit. Bis du deinen Weg selbst findest und nach Stark zurückkehren kannst. Nein. Nein, ich bin jetzt hier und ich brauche deine Hilfe. Was? Warum? Es gab ein Ereignis in der realen Welt. In meiner Welt. Und ich denke, dass du irgendwie damit in Verbindung stehst. Ich habe diese fremdartige Nachricht empfangen. Wie eine, ich weiß nicht, eine Vision, die durch das Netz übertragen wurde. Ich sah eine schneebedeckte Landschaft mit einem gruseligen schwarzen Haus, das wie ein Puppenhaus aussah. Und ein kleines Mädchen. Finde April Ryan, sagte sie. Rette sie. Immer und immer wieder. Du hast das empfangen? Wie? Durch Träume? Nein, nein, auf Bildschirmen. Es war wie, wie eine Art von statischer Interferenz. Was bedeutet das? Frag mich nicht. Mich muss niemand retten. Du hast die falsche Frau erwischt. Das glaube ich nicht. Dieses Mädchen, sie brachte mich zu deinem Zimmer, wo ich das Bild fand. Das kann kein Zufall sein. Kein Zufall? Bist du davon wirklich überzeugt? Weißt du, Stark ist nicht mehr meine Welt. Du hast ein Problem. Also musst du es lösen. Das ist es, was auch ich tun musste. Ich habe genug davon, die Welt zu retten. Such dir jemand anderen. Aber... Ich helfe dir zurück zu gelangen. Entweder das, oder wir sperren dich irgendwo ein, wo du herausfinden kannst, wie du deine Kräfte gebrauchen musst. Und was sage ich deinen Freunden? Sag ihnen, was du willst. Die April Ryan, die sie kannten, ist tot. Ich bin nicht mehr Teil ihrer Welt. Also wirst du mir nicht helfen. Du willst gar nicht wissen, warum ich nach wie vor diese Botschaften über dich bekomme. Was, wenn sich irgendetwas Großes zusammenbraut und... Wie ich schon sagte, das ist nicht mein Problem. Ich habe meine Rolle bereits gespielt. Lass mich einfach in Ruhe. Also, willst du nun zurück oder nicht? Natürlich, natürlich will ich das. Gut, ich sagte es bereits. Falls das nicht klappt, müssen wir eine andere Lösung finden. Wir werden dich in Hypnose versetzen und den Teil deines Unterbewusstseins öffnen, der deine Fähigkeit zu reisen kontrolliert. Leg dich auf dieses Bett. Ich bin gleich wieder da. Was hast du vor? Es gibt einen Teil in dir, der weiß, wie das Reisen funktioniert. Ich werde dir helfen, dich daran zu erinnern, was du noch nicht gelernt hast. Und ich werde wieder nach Newport zurückgelangen? Dafür gibt es keine Garantie. Vielleicht kommst du an einem anderen Ort heraus. Versuche, dich auf einen vertrauten Ort zu konzentrieren. Einen, wo du sicher bist. Also wirst du mir nicht helfen. Du brauchst meine Hilfe nicht. Lieg still. Wovon redet sie da? Etwas geht vor sich, daheim in unserer Welt. Ein guter Freund von mir ist verschwunden und... Und davon darfst du nichts erzählen. Oder ist es dir lieber, dass wir dich einsperren? Und ich glaube, April könnte mir helfen, herauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Und warum? Warum also willst du mir nicht helfen? Weil ich schon genug Ärger in meinem Leben habe. Weil wir einen Krieg kämpfen. Und weil ich fertig bin mit deiner Welt. Hör mal. Das hier ist deine letzte Chance. Schließe deine Augen. Atme langsam. Rede nicht. Hör nur auf Naanes Stimme. Höre auf meine Stimme. Lass sie auf dich wirken, in die geheimsten Orte deines Geistes hinein. Anian. Anian. Ich fühle überhaupt nichts. Was soll eigentlich? Was... was ist gerade passiert? Ich... Ich... Weiß nicht, April Ahn. Sie hat keine Passage geöffnet. Und ihre Kleidung... Sie ist noch hier. Und wohin ist sie verschwunden? Ich weiß nicht. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist fast, als ob sie eine Rauchwolke wäre, die durch den Wind fortgeblasen wurde. Ist sie tot? Ich kann es nicht sagen. Ich kann sie in dieser Welt nicht spüren. Aber ich denke nicht, dass dieses Mädchen eine Reisende ist. Dann... was ist sie? Und wohin ist sie verschwunden? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt hier? Hallo? Äh, was? Was geht denn jetzt hier ab, bitte? Wo bin ich? Wer bin ich? Ich wollte schon längst Feierabend machen, hier. Ihr Jungs werdet eines Tages Krieger sein! Okay, was... Was ist jetzt schon wieder? Ah, du... Ah, eure Feinde werden vor euch erzittern! Was geht hier gerade ab? Also, das ist schon echt komisch hier gerade alles. Irgendwie null Zusammenhang. Was ist der Typ da links mit den Zöpfen? Von dem habe ich Angst. Was wollt ihr? Einen Klaps auf den Hintern? Ihr habt gut gekämpft. Aber ihr könnt es noch viel besser. Herrgott! Bin ich jetzt fertig? Ja, und jetzt? Okay, Freunde. An dieser Stelle... Machen wir jetzt erstmal Schluss. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passiert ist. Das waren jetzt auch zwei Teile, die werde ich schneiden. Und dann geht es hier, wo auch immer das ist, beim nächsten Mal weiter. Macht es gut. Bis dann. NRWBoy18. Adieu. NRWBoy18.